Die Sagesparkasse Meine Damen und Herren, die Sagesparkasse ist seit vielen Jahren Partner der Sagenkürze mittlerweile im Tauchspunkt. In der Nacht zum Dienstag ist der Vorstandsvorsitzende Roger Schenkel überraschend mit 59 Jahren verstorben. Aber nicht nur Chef der Polissen Augustin Anhalts, aber auch Teil unserer großen Eishockey-Familie. Bitte erheben Sie sich für eine schweigende Unterricht. Vielen Dank. Vielen Dank. Fünftausen Wer bauten Reise Begrüßet Greecheln Wird Bei sich Begrüßet Gegen Schönheit Begrüßet Die erste Strecke! Und in den ersten Spielen gibt es auch gleich die erste Strafel der Gegensatz, die 39. Viertel Gucke. 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 Viertel Gucke.